Hallo zusammen aus dem Klinikum Fürth. Heute zu einem Podcast extra zum Impfstoff AstraZeneca und zu den Fake News und Fruchtbarkeit und Impfung. Mein Name ist Carmen Brückner. Ich bin aus der Unternehmenskommunikation und bei mir sitzt Dr. Manfred Wagner, unser Pandemiebeauftragter, der uns jetzt die wichtigsten Fragen zu AstraZeneca beantworten wird. Ja, hallo zusammen. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil der AstraZeneca-Impfstoff im Moment ja wirklich verfügbar ist und deswegen brennt es ganz vielen auf die Nägeln. Er hat ganz schlechte Publicity bisher und da wollen wir heute ein bisschen aufklären. Genau, du hast es ja gerade schon gesagt, also er hat ein ganz schlechtes Image. Deswegen doch direkt die erste Frage, wie sicher ist denn der Impfstoff AstraZeneca eigentlich? Also über alles kann man glaube ich sagen, der Impfstoff ist sicher. Deswegen ist er auch zugelassen und zwar ganz normal zugelassen von der Europäischen Arzneimittelbehörde und er ist genauso sicher wie die mRNA-Impfstoffe und kann bedenkenlos geimpft werden. Und wie effektiv, also wirksam ist AstraZeneca? Genau, das war ja die große Diskussion eigentlich in den letzten Wochen und Monaten, dass da ganz schlechte Zahlen publiziert wurden. Also es geistert ja immer so durch die Presse, dass AstraZeneca deutlich weniger effektiv ist. Jetzt muss man da unterscheiden, wo, was betrachtet man eigentlich? Wenn man die Möglichkeit der Infektion und leichten Erkrankungen anschaut, dann ist es wirklich so, dass die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna mit 94 beziehungsweise 95 Prozent Effektivität etwas besser sind als der AstraZeneca-Impfstoff. Der liegt in der Zulassungsstudie bei 70 Prozent. In dem Regime, das wir jetzt verimpfen allerdings mit einem Abstand von neun bis zwölf Wochen, da liegt die Effektivität bei 80 Prozent. Also kommt schon deutlich näher an die mRNA-Impfstoffe ran. Viel entscheidender ist aber eigentlich etwas anderes. Nämlich, wie gut schützt denn die Impfstoffe oder ein Impfstoff gegen einen schweren Verlauf. Und da ist es bereits in den Zulassungsstudien so, dass der AstraZeneca-Impfstoff überhaupt keinen Fall eines schweren Verlaufs hatte in seiner Gruppe. Moderna-Impfstoff hatte auch keinen und der BioNTech-Pfizer-Impfstoff hatte einen Fall. Also muss sagen, hinsichtlich des schweren Verlaufs schützt der AstraZeneca-Impfstoff genauso gut wie die mRNA-Impfstoffe. Das ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Aussage. Und es gibt eine neue Studie aus Schottland, die auch deutlich größer ist als die Zulassungsstudien. Da hat man insgesamt 490.000 Personen, die mit AstraZeneca geimpft wurden, eingeschlossen. Und 650.000 Personen mit dem BioNTech-Impfstoff. Und da sieht man sogar, dass hinsichtlich der Hospitalisierungsrate, also der Notwendigkeit einer Krankenhauseinweisung, der AstraZeneca-Impfstoff die Wahrscheinlichkeit um 94% reduziert hatte, ins Krankenhaus zu müssen. Und der BioNTech-Impfstoff nur um 85%. Also da ist er eigentlich in der großen Studie jetzt wirksamer hinsichtlich dieser schweren Erkrankung und Krankenhauseinweisungsrate als der mRNA-Impfstoff von BioNTech. Okay. Und wie schaut es mit der Sicherheit bei den Mutationen aus? Ja, auch ein wichtiges Thema. Wir kriegen ja jeden Tag aus allen Regionen der Welt neue Mutationen. Die drei Hauptmutationen, die bei uns im Moment eine Rolle spielen, ist die englische, die brasilianische und die südafrikanische. Wobei man sagen muss, dass die englische mit Abstand die wichtigste ist. Und bei uns im Klinikum sind bislang überhaupt nur englische Mutanten und keine anderen Mutanten aufgetreten. Und jetzt muss man sagen, dass hinsichtlich der Wirksamkeit klinische Studien bei den Mutanten noch relativ rar sind, aber schon viele Laborergebnisse vorliegen. Und da zeigt AstraZeneca die gleiche signifikante Wirksamkeit gegen die englische Mutante wie BioNTech oder Moderna. Außerdem zeigt es eine Reduzierung der Virus-Ausscheidung, Viruslast und damit auch der Übertragbarkeit. Es scheint ein bisschen ein geringerer Schutz gegen die südafrikanische Variante zu sein, aber da muss man, glaube ich, die zukünftigen Studien noch abwarten. Eine weitere große Frage ist ja die der Nebenwirkungen. Was weiß man denn über die Nebenwirkungen bei AstraZeneca und gibt es da vielleicht auch Unterschiede zu den anderen Impfwirkstoffen? Ja, also wenn man sich die Zulassungsstudien von AstraZeneca anschaut, dann sind die Nebenwirkungen eher die klassischen wie grippaler Infekt, Fieber, Schlappmüde, Gelenkschmerzen oder natürlich auch Schmerzen an der Einstichstelle, Muskelschmerzen und so ein allgemeines Krankheitsgefühl. Die sind beschrieben und wirklich, muss man ehrlicherweise sagen, auch gar nicht so selten. Jetzt sind die ersten Erfahrungen, die man ja da gemacht hat, viele auch aus England. Und wie wir wissen, hat England ja die Impfstoffe nur einmal verimpft und die Zweitimpfung prolongiert. Es scheint so zu sein, dass ein signifikanter Unterschied zwischen AstraZeneca und den mRNA-Impfstoffen darin besteht, dass bei AstraZeneca die schlimmeren Nebenwirkungen eher nach der ersten Impfung auftreten und bei den mRNA-Impfstoffen eher nach der zweiten Impfung. Insofern ist der Vergleich ein bisschen schwierig. Es scheint wirklich so zu sein, dass man in einem Maß von 30 bis 50 Prozent bei AstraZeneca, das sind auch unsere Erfahrungen jetzt aus der Klinik, wirklich von so einer grippalen Symptomatik nach der ersten Impfung ausgehen muss. Das zeigt auf der anderen Seite aber auch, dass der Impfstoff funktioniert, weil das ist die normale Immunreaktion des Körpers. Die ist nicht schön und wir wollen das auch nicht schön reden, aber das sind wirklich im Regelfall oder bisher immer beschrieben, die gängigen Impfnebenwirkungen, die dann auch nach 24 bis 48 Stunden abgeklungen sind. Und nach meinen Informationen ist es auch so, dass bislang dem Paul-Ehrlich-Institut, dem ja normalerweise Impfnebenwirkungen gemeldet wurden oder werden, die bislang gemeldeten Nebenwirkungen voll denen dieser Fachinformation entsprechen und keine unerwarteten Impfnebenwirkungen aufgetreten sind. Also von daher kann man wirklich nochmal unterstreichen, der Impfstoff ist sicher. Er macht wahrscheinlich nach der ersten Dosis mehr Nebenwirkungen als die mRNA-Impfstoffe. Wie es insgesamt sozusagen nach beiden Impfungen ausschaut, kann man erst sagen, wenn wir mehr davon verimpft haben. Aber es sind immer Nebenwirkungen, die überschaubar sind, die nach ein bis zwei Tagen vergangen sind. Und vor allem, es ist sicher weniger risikoreich als das Durchmachen der Erkrankung, die mit viel höheren Risiken verbunden sind. Das muss man ganz klar sagen. Gut, das war jetzt erstmal das Wichtigste zu AstraZeneca. Ganz zum Schluss nochmal eine andere Frage, die aber sicherlich viele Zuhörerinnen noch beschäftigen wird. Es hat sich ja ganz hartnäckig das Gerücht gehalten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Unfruchtbarkeit und der Covid-19-Impfung. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar aufklärende Worte dazu sagen. Ja, gerne. Das ist mir ein sehr wichtiges Thema, weil ich auch weiß, dass es gerade bei meinen Kindern, die sind inzwischen 25 und 29, dieses Thema auch im Freundeskreis ein ganz großes Thema ist. Und ich kann gleich vorweg sagen, das sind einfach Fake News. Aber ich will das auch nochmal belegen und auch nochmal sehr detailliert belegen, wie kam es denn überhaupt zu diesem Gerücht. Der Hintergrund ist der, dass behauptet wurde, dass die Covid-19-Impfung Antikörper induziert, die auch gegen placentare Gewebsmerkmale gerichtet sein könnten, also den Mutterkuchen. Und das beruht aber ganz klar auf einer Unkenntnis der Plazenta-Strukturen. Der Hintergrund ist der, das Corona-Spike-Protein besteht aus über 1200 Aminosäuren. Und da ist eine Sequenz darunter von fünf Aminosäuren, die gibt es ähnlich, nicht mal gleich, auch bei einem Protein, das in der menschlichen Plazenta vorkommt. Das heißt, insgesamt besteht also nur eine 0,75-prozentige Strukturähnlichkeit. 0,75-prozentig, also unter einem Prozent. Das ist jetzt erstmal nur das Theoretische. Jetzt wurde darüber hinaus nachgewiesen in einer Arbeit aus Taiwan vor vielen Jahren schon, dass diese Strukturen an der Plazenta unterhalb der Oberfläche zwischen zwei Lipidschichten stehen. Also selbst wenn da eine Bindungsfähigkeit der Antikörper gegen diese Strukturen wären, kämen die Antikörper gar nicht dorthin und könnten dort gar nicht anbinden. Also erstens ist es schon mal theoretisch unwahrscheinlich, beziehungsweise nahezu unmöglich, dass diese Antikörper dort binden. Wenn es jetzt so wäre, also wenn diese Antikörper binden würden und jemand sagt, glaube ich dir alles nicht, dann hätte man ja bei Frauen, die die Infektion durchgemacht haben und ja dem Virus Antigen viel stärker ausgesetzt waren als bei einer Impfung und damit auch eine hohe Antikörperproduktion hatten, dann hätten wir bei den Frauen ja auch eine erhöhte Unfruchtbarkeit sehen müssen. Und dazu gibt es überhaupt keine Datenlage. Also Frauen, die die Infektion durchgemacht haben und die Antikörper haben, haben kein erhöhtes Infertilitätsrisiko. Und schließlich gibt es noch ein drittes Argument, das gegen die Behauptung spricht. Es gibt ein Medikament, das man bei Multiple Sklerose oder auch Diabetes mellitus Typ 1 einsetzt, das aus IgG-4-Antikörpern besteht. Und diese Antikörper haben eine 81-prozentige Ähnlichkeit zu diesem Protein, das auch in der Plazenta vorkommt. Also nicht eine 0,75-prozentige Ähnlichkeit, sondern eine 81-prozentige Ähnlichkeit. Und die haben auch nicht an die Plazenta-Strukturen binden können. Also auch das zeigt, es sind wirklich Fake News und es braucht sich kein junger Mensch Gedanken machen. Es gibt keinerlei Hinweise. Weder ein theoretisches Lebenskonstrukt noch Daten von Erkrankten, die zeigen, dass Antikörper gegen Coronaviren die Infertilität erhöhen, kann man ganz klar sagen. Also kann man eigentlich sagen, dass man Frauen, die Kinderwunsch haben, die Impfung durchaus empfehlen würde? Nicht nur durchaus, sondern zu 100 Prozent. Prima. Dann vielleicht zum Abschluss noch eine Kernbotschaft, die dir ganz wichtig ist, die du allen mit auf den Weg geben möchtest. Ja, die wird trotzdem ein bisschen länger. Ich sage, wenn Sie die Möglichkeit haben, im Moment sich impfen zu lassen, lassen Sie sich impfen, egal mit welchem Impfstoff. Wir haben ja im Moment ein bisschen die Angst, dass eventuell die dritte Welle kommt. Die dritte Welle werden wir verhindern können, meiner Meinung nach mit verschiedenen Dingen. Erstens, indem wir uns weiterhin an die AHA-Plus-L-Regeln halten, indem wir Abstand halten, indem wir vorsichtig sind. Aber ein ganz wichtiger Baustein ist auch die Impfungen. Und das sehen wir heute schon bei uns im Klinikum, dass die Anzahl der Einweisungen aus Altenheimen dadurch, dass die Altenheime inzwischen weitgehend durchgeimpft sind, deutlich zurückgegangen sind. Und es zeigt, dass die Impfung wirkt. Und die gleichen Daten sehen wir aus Israel oder aus anderen Ländern, wo schon viel durchgeimpft ist. Und deswegen wirklich mein klarer Appell, haben Sie keine Angst, die ist unbegründet vor dem AstraZeneca-Impfstoff, sondern lassen Sie sich mit jedem Impfstoff, der zur Verfügung steht, impfen, wenn Sie an der Reihenfolge sind. Und vielleicht noch als Letztes, weil ich das auch immer wieder höre, naja, jetzt wenn ich mich einmal mit AstraZeneca impfen lasse, dann bin ich ja darauf festgelegt, dann habe ich auch später nie wieder die Möglichkeit. Das ist nicht so. Selbst wenn Sie jetzt mit AstraZeneca geimpft sind, kann es durchaus, ist es ohne Probleme möglich, dass Sie zum Beispiel im Herbst, sollte dann eine Booster-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff anstehen, der auch noch mal angepasst an die Mutanten ist, dann kann man da auch den Impfstoff wechseln. Sie sind damit nicht festgelegt auf AstraZeneca. Ja, Manfred, vielen Dank dir für deine Antworten. Wir hoffen, dass wir so die wichtigsten Fragen beantworten konnten und ein Stück weit aufklären konnten und der ein oder andere jetzt wirklich weniger oder gar keine Zweifel mehr hat. In diesem Sinne bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Ihr Podcast-Team vom Klinikum Fürth.